Hier ist der Luca Henni und herzlich willkommen zum Videodreh von Love Me Better. Ich habe mir gedacht, ich führe euch einfach mal kurz ein bisschen rum. Wir sind hier am Set. Hier sitzt der Abschaum. Nein, hier sind die wichtigen Leute. Hier können sie nämlich gucken, ob ihr das auch schön macht. Das ist India. Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut, danke schön. Was machst du denn eigentlich? Ich mache so gefühlt alles. Die Milana ist da. Die hat die Assistenz, sonst beim McDrive tätig. Genau, da haben wir die liebe Gemma. Sie versteht mich nicht, aber du machst es super. Er ist schon ein bisschen am Singen. Das ist die Crew. Da haben wir David. Oder? David, how are you? Excellent. What are you doing here? Ich bin eine Regisseur mit meiner Frau. Ja, das war's auch schon. Vielen Dank. Und jetzt, husch husch. Und hier haben wir die große Kamera und das Highlight ist natürlich, ich zeige es mal kurz von hier. Wir haben extra für diesen Song, für dieses Video eine Plexiglasbox herstellen lassen und es ist halt einfach unique. Also wir haben uns überlegt, was wollen wir machen? Es geht um eine toxische Relationship, die ich hatte. Es hat mich sehr verändert und ich soll das quasi widerspiegeln, was ich da durchgemacht habe. Das wird emotional, es wird krass, es wird getanzt und ich glaube, es wird einfach unglaublich gut aussehen. Ich bin gespannt. Jetzt würde ich sagen, legen wir los.